So, willkommen zurück zu Payday 2, dem Shackle Thorn Auction Heist. Wir machen heute das Heavy Metal Achievement. Vielleicht mache ich das in Kombi auch noch mit dem Duff rüber, muss ich gleich mal schauen. Aber wir machen jetzt erstmal primär das Heavy Metal Achievement. In the Shackle Thorn Heist, use the metal detectors to find a civilian that is carrying a something heavy, unlocks the monkey wrench weapon. So, dann machen wir das mal. Auf normal ist das sehr empfehlenswert. Wir werden damit nämlich den Alarm zwingend auslösen. Wir können, ich mache es jetzt nicht anders. Ich mache es jetzt nur wirklich nur das Achievement. So. Generell als Tipp für Achievement kann ich euch sagen, macht die immer nur auf dem Schwierigkeitsgrad, wo es vorgegeben ist. Weil, äh... Weil, äh... Durch die Voraussetzungen des Achievements ihr sowieso schon genug zu tun habt, die zu beachten. Aber man muss es nicht zwingend machen, ist nur mein Empfehler. Okay, dann hängt jetzt hier ein bisschen mehr Luft. So, da liegt der gut. Wir müssen sowieso für das Chief mit hier oben freie Bahn machen. Äh... Den Kameramann würde ich aber jetzt dafür nicht eliminieren. Ähm... Wir killen einfach die Wachen hier oben und machen dann die Kameras alle kaputt. Wir müssen mich in, damit ich die Tür öffne. So. Es ist alles gut. Ich hatte einen Spider-Incident. Es ist jetzt vorbei. So. Es sind schon mal zwei Pager. Hey! Das Problem ist, ich bin jetzt so die anderen Schwierigkeitsgrade gewohnt, dass ich es sehr komisch finde, so wenig Kameras hier zu sehen. Äh, was wollte ich denn jetzt? Achso, ich muss ja die Dinger noch aktivieren. Äh... Äh... Die lasse ich mal noch ganz... Äh, was wollte ich denn jetzt? Achso... Äh... Äh... Tap into the security boxes. Hier sind sie nicht... The vault has got to be there, yeah? Careful with the civilians! Okay, dann sind die wahrscheinlich auf der anderen Seite, die Buxes. Jetzt machen wir eben hier die Tür auf. Jetzt haben wir hier die Torch drin. Ne, muss sowieso runter. Äh, warte, wo geht es? Da, da sind sie doch. Das ist gut, inzwischen haben sie es wirklich so gemacht. Wenn du zu lange die Sache nicht findest, lässt du dir zeigen, wo das ist. So. So, da müssen wir... Die Torch brauche ich gar nicht. Okay. Also, wir müssen es auf jeden Fall Stealth schaffen. Wie viele Bodybacks habe ich? Drei. Wir müssen die Zivilistin da auch wegkriegen. Na gut, okay, dann gehen wir jetzt erstmal den Tresor aufmachen und reinschauen. So. Wir brauchen einen Zivilisten dafür. Ich gehe lieber von der anderen Seite rein, wegen den Kameras. Ich weiß nämlich nicht, wie die da jetzt in dem Raum verteilt sind. Ich könnte es so nachgucken, wenn ich einfach in den Kameraraum gehe. Aber den Pager müsste ich mir aufheben. Zwei Zivilisten da. Den brauchen wir. Wenn du jetzt hier hochkriegst hast. So. Den führen wir jetzt hier hoch. Du musst trotzdem den Code stoppen, zu verändern. Ja, ja. Okay. So. Scheiße. Was haben die gesehen? Okay. Zwei Pager habe ich schon verbraucht. Das sind ja genau die zwei, die ich noch brauche. Wo ist denn der? Dein Blink. Ich sehe ihn schon. Okay, ich hoffe, das klappt jetzt. Boah, war knapp. Okay, das ist es. Nicht mehr Chancen von mir. Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin auf der anderen Seite. Warte mal, wo habe ich den Zivi jetzt hingelegt? Wir gehen über den Balkon auf jeden Fall. Komm mit mir. Also wenn wir da an der Brüste rumlangehen, habe ich die Sorge, dass der von den Zivilisten unten gesehen wird. So, dann einmal hier rüber, ach, jetzt hat er sich hingelegt. Follow me. So. So. You gotta get that blocker placed. So, Heavy Metal Achievement ist damit erreicht. Sobald ihr jetzt da durchgeht, geht zwar der Arm lahmlos, aber wir haben es geschafft. Oder auch nicht. Okay. Das war das Heavy Metal Achievement. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war es, was zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020